Hello everybody, guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz im Vorfeld unserer Europa League Halbfinalpartie morgen Abend gegen die AS Rom. Ich begrüße ganz herzlich Patrick Schick, unseren Stürmer und unseren Cheftrainer Xabi Alonso und bitte unsere Verspätung zu entschuldigen. Patrick, du hast ein paar Jahre in Italien gespielt, jetzt spielen wir wieder gegen die AS Rom mit einem Trainer, der damals dein Ex-Mannschaftskollege war. Was glaubst du, wie der Trainer die Art und Weise der Mannschaft verändert hat im letzten Jahr? Ich glaube, ich glaube, dass er ein sehr guter Spieler ist und ein wahrer Leiter ist. Ich denke, als Trainer, er hat sehr gute Aspekte, um zu werden, dass er ein unglaublicher Trainer in der Zukunft ist. Und er hat bereits einen sehr guten Job mit seinem Team jetzt, weil er das Team verbessert hat und er hat einen sehr guten Job im Moment. Dankeschön. Schavi, du hast schon ein paar Mal gesagt, dass es schön ist, dass wir nochmal die Chance bekommen, gegen Rom zu spielen. Was erwartest du für morgen? Ja, guten Tag. Ja, für uns natürlich wieder hier zu sehen im Halbfinale. Ich glaube, es ist sehr wichtig, von Anfang in der Europa League, wir haben die Erfahrung von letzter Saison benutzt, um nicht die Finale zu erreichen. Letztes Jahr gab es ein bisschen Schmerz, also wir haben diese Schmerz genutzt in der ganzen Serie in Europa. Und jetzt, wir haben die zweite Chance dieses Jahr in Gering-Roma. Natürlich, wir sind eine andere Mannschaft, auch Roma, sie haben ein bisschen gewechselt, ein bisschen die Style. Und für morgen und nächste Woche, wir warten sehr intensches Spiel und hoffentlich, wir können ein bisschen besser tun. Dankeschön. Philipp Ahrens dann von der Bild-Zeitung, bitte. Schabi, du hast gerade gesagt, der Schmerz, der war da, wie lange war der bei euch? Ihr habt ja gesagt, ihr habt vor dem ersten Spiel, glaube ich, gegen Hecken nochmal darüber gesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen länger bei euch drin war. The pain of losing this game, how long did it last? Ja, es dauert ein bisschen, ich war nicht weg, sofort. Ich glaube, wir hatten dieses Gefühl, dass es war eine super Chance letztes Jahr. Es war, es war, die Entwicklung der Mannschaft war gut und die Vorfreude war da. Aber ja, diese Situation ist anders, was wir haben gemacht. Aber die Willen, die Hunger, die Finale zu erreichen, ist da. Und hoffentlich, wir können lernen von letztem Jahr. Aber unsere Idee, unsere Mentalität für morgen, es wird nicht wechseln, was wir haben gemacht. Die ganze Saison, wir versuchen, wieder zu tun. Und wir werden sehen. Nein, nein, wir haben nicht gehört. Gejubelt. Wir haben gute Vorbereitung für morgen. Wir kennen, wie schwierig wird sein. Gerhard Roma, sie haben eine Top-Mannschaft, Top-Spieler mit großer Qualität, auch mit dem neuen Coach. Sie haben gehandelt ein bisschen die Style. Wir warten eine sehr, sehr harte Halbfinale. Und das ist normal, Halbfinale zu erreichen, ist nicht einfach. Und sie werden hier zu sein, gegen Breiton, gegen Rom, gegen Feyenoord. Sie haben gesagt, dass sie haben eine Top-Niveau, eine große Erfahrung in Europa zu kämpfen. Und das ist interessant. Vielen Dank. 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 Ich glaube, es ist so groß wie groß aus Sampdoria in Roma. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen kann. Ich glaube, dass ich nach dem Betracht in Leipzig gefunden habe, habe ich mit Fiducia angefangen, habe ich angefangen, zu spielen. Ich habe eine Frage für beide den Trainer und den Spieler. Nach dem Semifinal der letzten Jahr, wo Bayer-Levküse waren sehr dominante, aber im Endeffekt wurde er. Ist es ein Gefühl, ich würde nicht sagen, aber vielleicht eine Redemption, in den Klubben und die Gruppe der Spieler? Ich würde sagen, dass es eine zweite Chance gibt. In Fútbol ist es sehr common, dass man eine zweite Chance hat, zu versuchen, besser zu machen. Last Jahr, wir waren sehr nahe. Ich denke, mit der zweiten leg, wir haben eine zweite Chance gewonnen, aber es hat nicht passiert. Es ist wie das in Fútbol, aber viele Dinge haben uns verändert, einige für Roma. Wir haben eine sehr demanden Semifinal. Wir kommen hier in Fútbol, es ist immer eine fantastische Atmosphäre, eine große Stadion. Es wird sehr wichtig sein, nicht zu entscheiden, was morgen passiert. Aber hoffentlich wird es gut sein. Wir werden uns spielen, und versuchen, eine gute Ergebnisse für nächste Woche in Leverkusen. Patrick, ich denke, das ist eine Frage. Patrick, ich denke, das ist eine Frage. Vielleicht in der Gruppe der Spieler ist es anders. Ich habe es nicht gewonnen, aber ich habe es gesehen, aber ich habe es gesehen, von der Stands. Und natürlich, bei allen Spielern, die Spielern, wir wissen, wie es war, wie es war, wie es war, wie es war. Wir spielen. Und natürlich, und natürlich, wir wollen, das Gefühl haben. Und ja, ich würde sagen, dass wir, wie wir spielen, in der zweiten Spiel, in der zweiten Spiel, in der zweiten Spiel. Und ja, in der Moment, ich würde sagen, ich würde sagen, dass alle wollen, die Revenge wollen. Für die Samen. Eine Frage zu dem Coach. Ich habe etwas über eine neue Nickname für den Klub, Laterkusen, für all die goals die Sie scoren nach dem 85. Minute. Do you have an explanation for why that happens so often? it's getting very popular, this Nickname lately. But, to reach that, we are doing so many things, and you need to be really consistent, really constant in the performances. And, you know, you need to build an idea how to play, and you need to build a winning mentality, a great team spirit, because not only the players that they start, the players that they come from the bench, they have a great impact, and that means that everyone is on the boat, and everyone is feeling part of what we are doing. If not, it would have been impossible to reach that far. So, yeah, it's been quite spectacular what happened in the last couple of weeks. It's been really enjoyable, but tomorrow is another thing. It's Europa, it's an Italian team playing in Rome. So, let's see if happens. It might happen, but it's not something that we are planning at the moment. No, but it's part of the mentality fighting until the last second. Sorry, sorry? It's part of the mentality fighting until the last second. Yes, I would say so. It's part of the mentality, and it's part of how we want to approach all the games, and we are so close. We have not given up. We have not given big leads, and that's why we have had a great mentality in the last minutes, but as well a great level of concentration during the whole team. and that's for me the key of the success. You can play good. You can have good days. You can have not that good days, but to be able to be in the game and to lose your mentality and your concentration from the little details, that's been the key to make us reach how far we got, but still a little bit further to go. Marlon Ilbacher, from Sky. In the middle? Thank you. Thank you. Xavi, ich erinnere mich noch an das Rückspiel und AS Rom hat damals sehr clever gespielt, mit vielen Fouls, aber auch selber sehr viel Zeit rausgeholt, viel auf dem Boden gelegen. Ist das was, wo ihr auch noch daran zurückdenkt und wo man sich speziell darauf vorbereiten kann? Haben die Spieler da vielleicht auch nochmal drüber gesprochen? Nein, nein. Keine. Wir haben fast nichts gesprochen über letztes Jahr, über das Rückspiel. Es ist ein anderes Jahr, wir sind viele neue Spieler, neue Styl, wir spielen ein bisschen anderes. Auch Roma haben sich gewechselt, so unser Fokus und Vorbereitung war mit unseren Ideen. Aber wie immer, es ist Europa, man muss immer, was ich habe gesagt, sehr hoch konzentriert sein, die kleinen Details zu kontrollieren, keine großen Fehler zu tun, keine große Karte zu bekommen, Elfmeter. So, ja, es ist eine große Herausforderung, was wir haben morgen, aber es ist nicht ein Beispiel, was passiert im letzten Jahr. Holger Schmidten, bitte von der DPA. Ja, hallo Xavi. Man weiß, dass Sie Jose Mourinho persönlich sehr nahe standen. Finden Sie es aus persönlicher Sicht schade, dass Sie ihn dieses Jahr nicht wieder treffen? Oder überwiegt das Sportliche, dass Sie sagen, dann haben wir wenigstens einen Gegner, der ein bisschen mehr mitspielt? Ja, war schon. Letztes Jahr mit Josep wieder zu sehen, gegen ihn zu spielen, für mich war sehr wichtig, aber es ist Fußball, das kann passieren. Morgen, es gibt eine große Spiele, er war eine große Spiele, jetzt hat er einen großen Impact in Roma, unsere Wände sind ein bisschen die gleiche, lange Karriere wie ich spiele, und jetzt anzufangen wie Coach, aber wir sehen, sie spielen sehr gut, es ist klar die Idee von der Rossi, und ja, wieder ihn zu sehen, wird gut sein morgen auch. Ja, bitte, der gentleman in der zweiten row, bitte. Over there. Danke. Hi, Mr. Marcello Baldi. Bayer Leverkusen lost last year's semifinal, dominating the statistics. Today, he arrives as Bundesliga champions, 46 match unbeaten. Here in Coverciano, I'm a sparing coach, took the exam of his Leverkusen. So, what were the key points of this growth, mental, tactical, to become one of the most fascinating teams in European football, and also, what are the mistakes of the past that should not be repeated in this match against Giallo Rossi? Thanks. Well, to concede one more goal than them, for sure, that was the key. It was a very tight game, and it was really, really close, the first game in Roma, so we, not even a mistake, but we didn't defend with the necessary aggressiveness, and we conceded that first goal, and you know, it was hard for the second leg. But for sure, all the small details, we need to defend with a lot of aggressivity, we need to be really compact, we need to be able to control the game, and to be able to change the tempo, so many little things that we have been working during the whole year, but yes, this year, it's different from last year, but for sure, anything can happen in football, this is one semi-final, and hopefully, we can show a good level. Thanks. Patrick, I wanted to ask you in Germany, since you've talked a lot of Rome, I wanted to know in Germany, thanks to Mr., how you've grown up, how you've grown up, how you've grown up, because, you know, you're one of the best in Europe for your touch, it means that you feel a your age when you play in the game, and you have a goal decisively important to score, so how you've grown up, how you've grown up with Mr. Shabby Alonso? It's difficult to say one thing, I think I've improved in everything, I've played a lot more than here in Rome, and also the type of game that I've played in Leipzig or here in Leverkusen, it's something that I like, I've scored a few goals, so this helps you always, gives you confidence, the confidence, the players who have incredible quality, so, momentarily, I'm too happy in Germany. I can say that the German championship is different from the Serie A, and the speed, the pressing, everything combined, here in Italy, it's a bit different, so, it's a bit different from the game, and I like it more in Germany. Stefan Kausen, first of the WDR, please. Shabby, when you spoke about De Rossi, there were special meetings in the central middle field, between them, to whom you remember? Talking about De Rossi, do you remember any special clash in the midfield between you and then? For sure, for sure, there were special clutches, because he was an intense player, I liked, I liked that part as well, so I was not afraid, and yes, I resemble what he's done as a, as a player, identify myself, and now as a coach, what he's, he's taken the role this year in, in Roma, in his home, in his club, where he was a great player, and with the national team, we played a few times as well, but he was a great champion as a, as a player, and for sure, you see the impact that he's having on the players, the, the strong bond that he's creating with, creating with, with the players, and they, they try to play, they try to have a clear idea, they are a very, uh, brave team, when, when they have the ball, even against the ball, they are very, very aggressive, so yeah, happy for him that, coaches from my generation, we are taking now the next step, and, for sure, I think that, Daniele, in his, he will do, he will do great, and it will be great to, to see him tomorrow. The gentleman in the back, thank you. I have a great team, they have many of them, but, for sure, uh, we know the qualities, of the strikers, the midfielders, they are complete, Paredes, Cristante, Pellegrini, if Lukaku plays tomorrow, Sharawi, Dybala, they can play with three in the back, or, with four, we are prepared for, different, different, uh, systems, they are flexible, and they like to change position, but, but yeah, we know them pretty well, and, and it's not gonna be a surprise, for sure, we are not gonna be able, to surprise them, because, they have been analyzing us, but, but yeah, they have, very, top, top players, two world champions, with Dybala, and, and, Paredes, we have one champion, with, with Pala, but, high quality players. And, another, for Patrick Sik, if, 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 the famous Roma-Barcellona, that you played here at the Olympics, the title, if, if, you, you remember that, with De Rossi in the field? Yes, this is a part, it's unbelievable, I think, I think, I think, I remember this part, I think, I think, it's been a part, the most beautiful part, that I've played in my career. Petition? I have my phone, the microphone please. I have my phone, the microphone please. I think, so, as a part as a part, you can see this, you can see it, as a part as a part, as a part, as a part as a part, as a part by... 90 Minuten und wir nicht gewinnen können. Wenn es ein Rekupferung ist, ist es das. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht ob es ein Rekupferung ist, aber für sicherlich ich denke, dass morgen viele Dinge müssen wir versuchen, zu kontrollieren. Wenn es nicht, dann versuchen wir das. Sie haben keinen Einblick auf unser Spiel. Wir wissen, wie es sind, in bestimmten patterns, die Qualität der Spieler. Aber warten wir für den letzten Moment ist nicht eine Idee für uns. Wir wollen beginnen von der ersten Minute zu spielen, zu spielen, zu spielen, und zu zeigen, dass wir wissen, wie wir es spielen. diese großen Spiele. Es ist ein großer, großer Spiel morgen. Du musst Ihren besten Fútbol zeigen, aber deine beste Mentalität und dein bestes kompetitiven Level morgen. Philipp Ahrens, bitte von der BILD-Zeitung. Frage an beide. Xabi, erstmal an dich. Kovar, morgen wieder Pokaltorwart? Ja. Gut. Patrick, siehst du zwischen Daniel De Rossi und Xabi Alonso Gemeinsamkeiten im Weg vom Spieler zum Trainer? Beide waren Top-Spieler, aber ich kenne nicht Daniel wie Trainer. Also ich habe nicht gegen Xabi gespielt, aber ich habe nur mit Daniel gespielt, aber aus Fernseher, sie waren der Beste in der Welt, aus Positionen. aber wie ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ist Daniel Trainer, aber ich denke, dass aus welchen Spielen er war, dass er hat die alle Aspekte zu Top-Trainer bekommen. Henrik Mertens, bitte vom Sport-Informationsdienst. Hallo zusammen, einmal kurz der Vollständigkeit halber, Xabi, sind alle fit, mit rübergekommen, kann Jona morgen spielen von Beginn an und dazu die Frage, ihr habt heute Morgen Abschlusstraining gehabt, strahlender Sonnenschein, 28 Grad in Leverkusen, was weiß ich, jetzt kommt ihr rüber, zwei Stunden ins Flugzeug, Regen, Platzregen, nass, grau, das Ganze, spielt das Wetter morgen auch eine Rolle? Erste Frage, ja, alle sind dabei, Borja und Adam sind wieder in der Kader, das ist super, wir haben alle zusammen gekommen und war gut und ehrlich zu sein, ich mag besser nicht zu heiß zu sein zu spielen, es geht bei mir morgen, für mich ist perfekt und glaube ich für unsere Spieler auch, für unsere deutschen Spieler sicher. 2400 Fans aus Leverkusen sind morgen mit hier, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann herzlichen Dank und einen schönen Abend und bis morgen. Ciao. Vielen Dank.